Hallo, ich bin Matthias. Ich arbeite bei Möbelwikinger und bin zuständig für Relax- und Fernsehsessel. Ich habe jetzt ein super Angebot für euch. Schöne schwarze Fernsehsessel aus Leder, komplett mit zwei Motoren und integrierte Bedienung für drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Perfekt relaxen durch die bewegliche Fußstütze, beim Fernseh entspannen durch die elektrisch verstellbare Rückenlehne und einfaches Rauskommen durch die praktische Ausstehhilfe. Für unglaubliche 999 Euro, allerdings nur so lange der Vorrat reicht. Komm zu Möbelwikinger und frag nach Matthias. Möbelwikinger, weil es besser ist, wenn es hält.